GAMINGENOS GAMINGENOS CSR 탈 Und, ja, schauen wir, wie es weitergeht. Hier oben haben wir eine kleine Ansammlung vor uns. Wir haben jetzt momentan auch etwas mehr Allianzen am Laufen. Wir haben momentan mit der Käse-Allianz, Wars of Hannah und die Algeini-Allianz, okay, mit dabei bei uns. Und das war's von mir. Morgen ist Montag. Schauen wir, was sich tut, was sich rührt. Gibt's wieder neue Punkte. Euer Kandalf. Ciao.